Was kostet eigentlich das Pokémon Paldeas Schicksale Master Set auf Deutsch? Genau diese Frage habe ich mir gestellt. Paldeas Schicksale ist am 26. Januar 2024 auf den deutschen Markt gekommen. Mit über 369 Karten ist es ein riesengroßes Set mit Baby Shinies und vielen, vielen weiteren tollen Karten. Und genau das schauen wir uns in diesem Video an. Was kostet das Master Set von Paldeas Schicksale auf Deutsch im Jahr 2024? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Pokedentist. Ganz kurz vorab ein paar wichtige Informationen. Ich habe die Preise bei Card Market rausgesucht. Ich habe gefiltert nach einem Verkäufer aus Deutschland. Die Sprache ist Deutsch und der Zustand der Karten immer Niermint. Und wir sehen jetzt gleich alle Karten nacheinander. Wichtig zu wissen, die erste Karte ist immer die normale Common-Uncoming-Karte. Danach folgt die Reverse-Karte. Das gleiche, wenn es eine Holo-Karte ist, wird zuerst die Holo-Karte gezeigt und dann eben danach die Reverse-Karte. In diesem Set gibt es genau zwei Karten, die als Uncoming-Karte gibt, als Holo-Karte und noch als Reverse. Das werdet ihr aber sehen. Ich habe alles farblich markiert und es wird jetzt hier unter mir aufgezeigt. Ja, auf der ersten Seite sieht man auch direkt die Uncoming-Karten. Das ist wie bei fast jedem Set. Die liegen bei 2 Cent, 3 Cent, vielleicht auch mal ein bisschen mehr, wenn es eine Trainer-Karte ist, werden wir es später sehen. Wir haben hier Reverse-Karten. Die sind gelb markiert. Die Common-Uncoming-Weiß und die EX-Karten sind in einem Grün markiert. Die sind natürlich auch nicht viel wert. Gerade in diesem Set wurden die sehr oft gezogen und sind auch in der Pool-Rate ganz gut. Deswegen ist es eben nicht so teuer. Hier auf der ersten Seite ist aber noch eine Besonderheit, nämlich Magbrand ist eine der beiden Karten, die es in der, wie ich bereits gesagt habe, in der normalen Variante gibt. Holo und Reverse. Und hier seht ihr auch die Preise. Da ist die normale Karte, in Anführungszeichen, die Common-An-Cummen, mit 80 Cent relativ teuer. Auf der zweiten Seite ist der nächste Ausreißer sozusagen, nämlich Raichu. Hier ist es genauso wie bei Magbrand. Hier gibt es eben eine normale Karte, eine Holo-Karte und eine Reverse-Karte. Und die normale Karte ist preislich auch deutlich über den, ja, anderen normalen Karten, in Anführungszeichen, mit 50 Cent pro Karte. Ich muss ganz ehrlich zugeben, mir ist es jetzt gar nicht so arg aufgefallen, beziehungsweise gar nicht, als ich das geöffnet habe. Und ich habe sehr viel davon geöffnet. Übrigens, warum ich das jetzt hier so zeige, während es da läuft, ihr könnt ja dann schauen. Ähm, ich habe das Master-Set nicht voll. Ich habe mir die wichtigsten Karten, ja, habe ich gezogen oder mir eine gekauft, nämlich Glurak. Die habe ich leider nicht gezogen. Möchte ich aber eigentlich schon noch ziehen. Das, ja, werde ich wahrscheinlich auch noch weiter verfolgen. Aber, ja, das ist einfach eine Karte, die sehr teuer geworden ist. Und ich bin ganz froh, dass ich sie mir noch gekauft habe. Ich habe sie in einer PSA 10. Kann ich später auch mal ganz kurz noch zeigen. Hier sieht man jetzt gerade war EX zum Beispiel mit 60 Cent. Ähm, und, genau. Das ist übrigens jetzt nicht markiert. Ich weiß jetzt auch nicht, warum. Aber die blauen sind die normalen Holos. Und grün EX. Man sieht hier eindeutig auch auf der Seite mit Battle und Co. Es gibt einfach keine wirklichen Ausreiser bisher. In diesem Set ist es natürlich so, dass die Baby-Shiny-Karten den Preis ausmachen. Und da dauert es natürlich ein bisschen, bis wir dann jetzt dort angekommen sind. Ähm, ich werde allerdings auch dann anmerken, wenn jetzt meine Karte etwas teurer ist, wie jetzt hier auf dieser Seite, ist es natürlich das Glugrack EX, was mit immerhin 4 Euro eine relativ teure EX-Karte ist. Ich glaube, die war auch spielstark, ist spielstark. Da bin ich einfach nicht so drin. Könnt ihr gerne mal nachschauen oder vielleicht auch in den Kommentaren beantworten. Und, äh, wenn ihr gerade dabei seid. Wenn euch das Video gefällt oder generell diese Art von Master-Set-Videos, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, einen netten Kommentar und ein kostenloses Abo, wenn ihr das da lassen würdet. Würde mich sehr freuen. Hier ist, äh, Gengar mit der Reverse mit 9 Cent. Ist auch etwas teurer schon wieder. Ähm, ist natürlich auch wieder ein Fan-Favorite und damit einfach ein bisschen teurer. Ich bin mal gespannt, wann es da mal wieder eine Special Illustration Rare Karte von ihm gibt. Nach, äh, Fusionsangriff wäre das schon mal wieder sehr interessant, da eine coole Karte zu bekommen. Und wie gesagt, die normalen Karten sind alle bei 2 Cent, außer, ich glaube, 2 Trainerkarten. Die EX-Karten kriegt man alle unter einem Euro. Ist also hier in dem Set nicht so teuer, ähm, wie zum Beispiel bei 1.5.1 bei dem deutschen und dem englischen Master-Set, wo die Reverse-Karten einen deutlich höheren Preis ausmachen. Seht ihr dann auch am Ende bei der Zusammenfassung. Und es würde mich freuen, wenn ihr das Video ganz schaut. Es würde mich sehr unterstützen, wenn ihr das, ähm, gut findet, was ich hier gemacht habe. War natürlich schon ein bisschen Arbeit, muss ich zugeben. Aber ja, hier ist übrigens der Nestball mit 13 Cent, ähm, für die Reverse-Karte. Zu Enigmara und so weiter, 5 Cent. Hier sind wir schon ein bisschen teurer bei den Reverse. Die gibt es eben nicht so oft, weil es einfach nicht so viele Trainerkarten in dem Set gibt. Ja, und wir beenden jetzt hier quasi auf der Seite das normale Standard-Set und gehen rein in die Shiny-Karten. Hier mit Mirabla, Duflor, Giflor, die alle so zwischen 4 und 5 Euro liegen. Mit Sichlor für 5 Euro ist natürlich auch wieder ein Fan-Favorite. Und außerdem auch ein, ja, was soll ich sagen, ein Kanto-Pokémon und damit immer beliebter als andere Karten. Wenn es hier auch einen Ausreiser gibt, ihr seht, die Preise sind deutlich drüber. Und hier sind die Ausreiser, nämlich, äh, Glumanda und Glutexo mit 24 und 18 Euro. Äh, was für Baby-Shinies, ähm, ja, schon ein guter Preis ist. Auch 9 Euro für Entei ist ein bisschen drüber. Aber, ähm, die teuerste Karte kommt natürlich noch, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Es ist ein kleines gelbes Maus-Pokémon. Ähm, aber wenn man hier jetzt mal so generell drüber schaut, was fällt euch auf? Es ist natürlich so, dass die Kanto-Pokémon einfach die teuersten sind. Hier auch mit Fleckmon-Lamus und hier unten ist eben auch Pikachu mit 32 Euro. Finde ich relativ viel, wenn ich ehrlich bin. Habe ich jetzt auch nicht gezogen, leider. Raichu 8 Euro. Ähm, und eben hier Stami und, äh, Sterndu und Lammus sind halt auch alles, ähm, ja, Kanto-Pokémon und deswegen teurer. Elektroball für 3 Euro zum Beispiel hier. Was ich auch ein richtig cooles Pokémon eigentlich finde, ist Shinox, kostet halt auch gleich wieder mehr. Umso süßer die Baby-Shinies, umso teurer sind sie natürlich. Ist ja aber auch klar, umso schöner das Artwork, umso teurer dann eben auch die Karte. Ich glaube, das ist Logik. Obwohl das kleine Pi auch süß ist und nur 1,30 kostet. Aber eben Abracadabra, wie der Kanto-Pokémon, da kommt schon ein Preis zustande. Auf dieser Seite ist jetzt eigentlich kein Ausreißer, nur wem fällt es wieder auf. Ein süßes kleines Drassler kostet fast 5 Euro, während ein Azogladys, was eigentlich auch ein Mega-Pokémon ist, nur 3,50 Euro kostet. Ähm, ja. Der Käfer da oben, auch nicht so teuer und Manky mit 5 Euro ist eben wieder ein Kanto-Pokémon. Kanto wird nie out, das weiß auch die Pokémon-Company, deswegen ist 1,51 auch so unglaublich teuer. So, hier auf der Seite haben wir eine Karte, die extrem teuer ist. Wir haben hier Lucario mit 5,50 Euro und Riolu auch wieder mit 4 Euro. Aber ansonsten ist hier jetzt nicht der, ähm, ja, das Brett dabei, würde ich sagen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, habt ihr das Master-Set von Padeas Schicksale? Soweit ich weiß, haben das relativ viele gesammelt und hier kommen wir jetzt auf der Seite auch wieder zu Kanto-Pokémons und deswegen, ähm, neben Sherox, was kein Kanto-Pokémon ist natürlich, aber auch sehr beliebt und echt ein cooles Pokémon mit Taubsee für 9,50 Euro, Taubora 4,90 Euro, Dito 7,20 Euro und Relaxo. Der war mal deutlich teurer, meine ich, und der liegt jetzt bei 11 Euro, was natürlich auch nicht wenig ist. Und wir beenden jetzt auf dieser Seite dann auch die Baby-Shiny-Pokémon und wir kommen zu den Ultra-Rare-Shinies. Das ist, äh, hier mit Forstelka und so weiter, die sind relativ günstig. Mew ist ein kleiner Ausreißer mit 8 Euro, ähm, und Taubos natürlich noch, wieder, äh, Kanto-Pokémon, äh, ist ja ganz klar. Äh, sind auch ein bisschen teurer, die anderen sind recht günstig und die Pool-Rate auch sehr hoch. Dann kommen wir zu den Illustration-Rares, das gibt 3 Stück in diesem Set, das ist Schlick-Tree, äh, Delfinator und Pamo. Ultra-günstige Karten, kauft sie euch, wenn ihr sie nicht habt, man hat sie dann halt im, äh, im, ja, im Set oder in der Sammlung, ist echt günstig. Hier auch die Trainer-Full-Art-Karten, das sind Ultra-Rare-Karten, das darf man nicht vergessen, ähm, aber Paldea-Schüler und so weiter ist halt, äh, einfach zu oft drinnen gewesen. Und jetzt kommen wir auch hier zu den, ja, wohl teuersten Karten, denn wir haben hier das Bubble Mew, das wunderschöne Mew. Ich hab mich so gefreut, als ich es gezogen hab und hab's graden lassen, es ist in einer PSA 10 zurückgekommen, ich bin mega happy mit der Karte. Ähm, erst hab ich sie eingeschickt und dann war sie als englische Karte gegradet, also deutsche Karte in einem englischen Case sozusagen. Da die aber auf Deutsch viel weniger gegradet wurde, hab ich mir gedacht, nee, das geht nicht, ich muss sie zurückschicken. Hab sie dann zu, über den Anbieter zu diesem Reholder-Service, Gott sei Dank alles kostenlos, äh, schicken lassen und hab dann wieder 3 Monate gewartet, weil das länger dauert, als das normale Grading, ähm, und hab sie dann jetzt wiederbekommen und die ist schon ordentlich was wert, würd ich sagen. Wir haben hier Gardevoir EX für fast 50 Euro, die Karte fehlt mir tatsächlich, die find ich auch so schön mit Gardevoir, wie es da im, ähm, in diesem schönen, schillernden Wald tanzt oder, ja, was auch immer es da tut. Und natürlich nicht zu vergessen, für 130 Euro mittlerweile das Shiny Glurak, ähm, in der EX-Variante und Terra kristallisiert, aber eben Shiny und ein majestätisches Artwerk, würd ich fast sagen, ist schon ne Karte, die ich unbedingt wollte. Ich hab extremst viel aufgemacht, ich will gar nicht wissen, wie viel ich ausgegeben hab. Hätte ich mir die Karte einfach gekauft, aber so ist es übrigens immer, dann wär ich da deutlich günstiger rausgekommen. Ähm, natürlich hier mit, äh, Pepper und Lewal. Lewal ist ne Karte, die ich nicht ganz verstehe, warum die so wenig wert ist mit 6,50 Euro, weil sie halt eigentlich, ja, sie hat, äh, Evolutions drauf, sie hat ganz viele Trainer drauf und ist eigentlich ne wunderschöne Karte. Ähm, naja, keine Ahnung. Enigmara ist ne geile Karte, da haben sich übrigens sehr viele über diesen kleinen Strich gewundert und haben gedacht, es ist ein Fehler, gehört zu der Karte ganz normal dazu. Und in Emila ist auch cool, wie sie den Pokéball wirft und Cosima sowieso. Und was haben wir auf Cosima drauf? Was den Preis auch ein bisschen nach oben getrieben hat, da ist ein Nachtara drauf und sie hat ein Evoli im Rucksack oder am Rucksack. Ähm, ja, ganz klare Sache. Dann fangen wir auch schon an mit den Secret Rare Karten. In diesem Set eine ganz spezielle Variante, die jetzt bisher nicht mehr wiederkam. Ähm, in diesem goldgrünen Muster, finde ich, ist nicht so gelungen. Ähm, ich hab tatsächlich keine einzige von den Karten gezogen und will sie jetzt auch nicht unbedingt haben, deswegen hab ich auch das Master Set nicht. Für mich gibt's einfach, für mich gibt's da einfach ein paar Chase Karten und die wollte ich in dem Fall eben haben. Ähm, ja, hier die Schnecke sieht man für 8,50 und dann UUEX für 7,90. Die Schnecke hab ich übrigens gesagt, weil ich diesen Namen so schlecht aussprechen kann. Und jetzt sind wir auf der letzten Seite des, ähm, Sets eigentlich angekommen mit, ähm, Baojin, ähm, Miraidon, Dinglu und Koraidon EX. Die Karten sind alle nicht extrem teuer mit 10 bis, ja, 5 eigentlich, 5,50 hier mit Dinglu. Dann Baojin, äh, Baojan, wie auch immer er heißt. 9,95 Euro und Miraidon und Koraidon jeweils 12 Euro. Also ist eigentlich, wenn man die Karten schön findet, äh, ein Preis, der absolut in Ordnung ist und man sich auch alle relativ günstig zusammen kaufen kann. So, und jetzt kommen wir noch zu den wirklich vielen, vielen Promokarten aus diesem Set. Wir haben einmal Glurak EX Shiny aus der Tin. Wir haben Eisenrad EX aus der Tin und Riesenzahn aus der Tin. Riesenzahn und Eisenrad. Sehr, sehr günstige Karten. Die Tins davon sind auch sehr günstig, während Glurak eben 4,80 Euro kostet. Dann haben wir Felori unten, ähm, drunter mit 2,30 Euro. Das ist auch die teuerste von den Starter Shiny Karten, weil sie einfach auch wieder am süßesten ist, denke ich mal. Feliospa und Maskagato mit 3 Euro, würde ich jetzt hier sagen, ist die gelungenste Karte und damit auch der, ja, teuerste Preis von allen. Ähm, Quacks, äh, Fruententer mit jeweils 1 Euro und eben bei London mit 1,89. Ab diesem Preis habe ich sie zumindest gefunden aktuell. Krokel ist schon wieder ein bisschen goldiger als Quacks. Das ist natürlich eine Ansichtssache, aber auf der Karte vielleicht einfach ein bisschen süßer gelungen. Äh, Lok Roko finde ich generell ein absolut hässliches Pokémon. Und 1 Euro ist da auch angemessen. Ähm, ja, und hier haben wir Skeleckrock EX mit 2,50 Euro. Gefällt den Leuten scheinbar auch etwas mehr. Und bei London ist da eindeutig der Verlierer der Starter, äh, Pokémons. Wir haben die Mimigma, äh, aus der Promo, also die, die aus der Elite-Trainerbox oder Top-Trainerbox, die Promo-Karte. Die ist für 15 Cent zu erhalten. Ähm, ich finde sie eigentlich ganz goldig mit dieser, ja, mit dieser, oder interessant vielleicht auch mit dieser älteren Dame vorne dran und hinten dran. Und das süße Shiny Mimigma, ähm, was da sitzt. Und immer noch hofft, dass es ein Pikachu ist und so süß sein will, aber es ist einfach nicht schafft. Leider. Und dann geht es weiter mit den drei letzten normalen, äh, Promokarten aus Paldeas Schicksal. Ich hoffe, ich habe in diesem Video keine einzige vergessen. Dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Ähm, aber ja. Gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich doch was vergessen habe. Die englischen Stamp-Karten und so weiter, die zählen nicht beim deutschen Master-Set dazu. Das macht gar keinen Sinn. Deswegen könnt ihr die auf jeden Fall rauslassen. Äh, Mob-Tiff eben 15 Cent, Hefel 10 Cent und nochmal Gruff mit 15 Cent. Jetzt haben wir noch eine letzte Kategorie sozusagen. Und das sind unsere XXL-Karten von den drei Starter-Endentwicklungen. Ähm, wir haben, wie gesagt, Maskagato bei Londa Skelecrock und, ähm, ja. Zwei Euro für Maskagato bei Londa 1,50 und eben 2,90 für die XXL-Karte Skelecrock EX. Ja, das war jetzt das, äh, Main-Set. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal auch dazu, das Ganze, ähm, ja, zusammenzurechnen. Wir haben, ich habe mit Absicht keine Energiekarten drin. Die werde ich jetzt, habe ich jetzt nicht mit extra reingenommen. Das ist Quatsch. Das ist bei 1,5,1 und so weiter. Hat es Sinn gemacht, weil es da eben, äh, Holo-Varianten, also Reverse oder Holo-Energien gab. Dort hat es, finde ich, Sinn gemacht. Hier bei dem Set macht es gar keinen Sinn. Wir rechnen da am Ende für alle Energien einfach mal 5 Cent noch drauf. Das, äh, wenn überhaupt, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, ähm, ich finde es fast unnötig. Es sind keine besonderen Energiekarten, von daher, genau. So, und hier habe ich jetzt mal noch, ähm, meine zwei wunderbaren Arten hingelegt. Das ist einmal hier das Selbstgezogene. Darauf bin ich so stolz und mir gefällt es einfach extremst gut. Das ist das Mew Special Illustration Rare. Hier in einer 10 ist auch relativ viel wert. Könnte ich vielleicht auch den Preis einblenden. Ähm, und hier eben noch das Blurak EX. Ja. Kommen wir zu den Preisen. Ich fasse jetzt jede Kategorie nacheinander zusammen. Kommen wir zur finalen Aufstellung des Mastersets von Paldeas Schicksal auf Deutsch. Für Kommen und Uncommon Karten musst du 2,67 Euro hinblättern. Was jetzt nicht viel ist. Dann würdest du für die Reverse Karten insgesamt 2,99 Euro bezahlen. Für die Holo Karten kommen nochmal 29 Cent obendrauf. Und für die EX Karten insgesamt, und da ist der Haupt, ähm, Preistreiber quasi Glurak, Nämlich 7,45 Euro insgesamt. Das sind ja Preise, die einigermaßen okay sind. Machen wir weiter mit den Illustration Rares in dem Fall. Da sie so einen geringen Preis haben, nennen wir sie als erstes mit insgesamt 55 Cent. Die Shiny Ultra Rare Karten, also die Erwachsenen Pokémon, äh, Shiny Pokémon, kosten insgesamt 32,23 Euro. Für die Ultra Rare Karten, also die Trainer Full Arts in diesem Set, muss man insgesamt 1,75 Euro bezahlen. Das ist alles aktuell noch wirklich in Ordnung, würde ich sagen. Für die Secret Rares zahlt man 55,85 Euro. Für die Promokarten würde man insgesamt 29,08 Euro bezahlen. Und jetzt kommen die großen Procken. Fangen wir an mit den Special Illustration Rare Karten. Wo Glugak und so weiter in der Altart Variante vorhanden sind. Und eben das Mew. Dafür würde man insgesamt 323,45 Euro bezahlen. Und der größte Slot in diesem Set, wer hätte es gedacht, bei den Einzelpreisen, sind natürlich die Baby Shinies. Und du kannst mal jetzt noch vorher in die Kommentare schreiben, was denkst du sind die Baby Shinies wert? Ich sag's dir gleich. Nämlich, 461,30 Euro muss man für alle Baby Shiny Karten hinblättern. Ich finde, das war das Krasse an diesem Master Set. Man kann jedes Set eigentlich so ungefähr abschätzen mit den Chase Karten. Und dann eben noch die Common Un-Cummen. Manchmal sind Reverse seltener und ein bisschen teurer. Oder vielleicht auch mal eine EX, weil es eine Glugak ist. Oder, ja, eine Trainerkarte mal dabei. Aber in diesem Set sind es eben die Baby Shinies. Und damit kommen wir zu einem relativ hohen Gesamtpreis. Nämlich gar nicht so weit weg wie von dem 151 Master Set. Was ich übrigens auch ein Video gemacht habe, würde ich euch auf jeden Fall im Anschluss verlinken. Und wir haben dort so 1200 Euro insgesamt gehabt. Und hier haben wir einen Gesamtpreis von 917,61 Euro für das komplette Master Set Paldias Schicksale. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Video weiterhilft. Wenn ihr irgendwo ein ganzes Set kaufen wollt und so weiter, dass ihr einfach ungefähr wisst, ohne jetzt groß hier komplett Karten machen, so wie ich es gemacht habe, zu durchsuchen. Dann könnt ihr einfach gerne hier ein Like auf dem Video da lassen, wenn es euch geholfen hat. Und ich würde mich auch über ein kostenloses Abo freuen und ein bisschen Feedback in den Kommentaren. Einfach, weil dieses Video wieder relativ aufwendig war. Und da freut man sich natürlich, wenn man für seine Arbeit ein wenig Lob bekommt. Wenn ihr es scheiße findet, könnt ihr es natürlich auch reinschreiben. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, meine anderen Videos zu schauen. Die könnt ihr gerne auch mal durchklicken. Es ist bestimmt was dabei. Eben auch die Master Set Videos von 151 Deutsch und 151 Japanisch. Was ein abartiger Master Set Preis ist. Und genau, damit bin ich raus. Ich bedanke mich und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020